Alles Gäste, Sie Gäste! Wir haben den Cup gewonnen und die Meisterschaft gewonnen. Das ist ziemlich alles, was man in einer regulären Saison gewinnen kann. Das hat es noch nie gegeben, dass wir eine Mannschaft von 19 Stufen haben, die die ganze Meisterschaft gewinnt und das auch nicht, dass wir das Spiel einmal verloren haben. Das kann man auf jeden Fall mitnehmen. Ich habe vor allem das Gefühl, dass bei uns der Spass ganz vorne stand und vor allem der Team zusammenhält und das hat uns wahnsinnig weit gebracht. Ich glaube, es ist immer wieder eine Herausforderung in jeder neuen Saison und das zählt natürlich auch, weil wir in einer anderen Liga spielen. Zuerst einmal den Platz finden und dann versuchen, sich wirklich zu verbessern. Ich glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Ich glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!